Triple Zero ist ein Konzept, das Herr Sobeck vor langer Zeit ins Leben gerufen hat. Es bedeutet, dass wir eigentlich radikal verändern müssen, wie wir bauen. Wir dürfen keinen Müll mehr emittieren, eigentlich keinen Energieverbrauch, der auf fossilen Energien basiert und dann ganz wichtig eben keine Emissionen emittieren während des Baus, aber auch während des Betriebs von einem Gebäude. Das sind so die drei Grundsätze und nach denen arbeiten wir. Und die Taskforce Triple Zero, die wurde ins Leben gerufen, um eben dies nicht nur in unsere Arbeitsabläufe einzubinden, sondern eben auch das sozusagen als neue Leistung anzubieten und auch zu beraten, wie sie denn bei ihren Projekten auf diese Null kommen können. Von Anfang an war natürlich klar, dass bei Werner Sobeck die Nachhaltigkeit immer eine große Rolle gespielt hat und für mich war einfach klar, dass ich gerne diese Herangehensweise auch eigentlich in allen Projekten des Unternehmens gerne verankern möchte. Die schockierende Erkenntnis, die wir alle natürlich geahnt haben, ist, dass das, was wir als Planer machen, einfach sehr viele CO2-Emissionen erzeugt. Das muss man erst mal so ein bisschen verarbeiten, weil man ja selbst mit seiner Arbeit dafür auch verantwortlich ist. Also während der Arbeit hatten wir auch ermittelt, wie viel CO2-Budget wir denn tatsächlich in der Baubranche noch zur Verfügung haben. Und das ist sehr wenig, denn das würde bedeuten, dass wir von heute auf morgen, also jetzt wirklich sofort, 80 Prozent weniger Emissionen emittiert werden, als es bisher durchschnittlich der Fall ist. Und das ist eine riesengroße Menge. Also 80 Prozent, das schafft man auch nicht nur als Architekt oder nur als Tragwerksplaner, da müssen wirklich auch die Hersteller und die Produzenten mit ran, die Lieferanten, die Bauprozesse müssen optimiert werden. Das ist einfach eine gigantische Menge und ja, das müsste halt wirklich eigentlich sofort passieren. Also man muss dann tatsächlich versuchen, das Air dann ins Positive zu wenden und sagen, ja, ich bin ja in der Position, ich kann da tatsächlich was verändern und das Ganze in Angriff nehmen. Wir treffen uns einmal monatlich und besprechen dann Neuerungen. Wir haben ein internes Tool entwickelt, das für die Tragwerksplanung beispielsweise hergenommen werden kann, um Emissionen zu berechnen. Wir untersuchen unterschiedliche externe Tools. Wir transferieren dieses Wissen auch in das Unternehmen und geben Workshops und Kurse und Einführungen. Und ja, so muss man das einfach strukturieren, sich annähern, um dann irgendwann nach vielen Monaten Arbeit dann einen wirklich allumfassenden Überblick zu haben. Wir wissen mittlerweile, dass, wenn wir jetzt nur die Konstruktion des Gebäudes betrachten, die Gesamtemissionen tatsächlich zu 50 Prozent aus dem Tragwerk der Konstruktion des Rohbaus stammen. Und genau da sind die Tragwerksplaner gefragt anzusetzen. Durch verschiedenste Ansätze von Leichtbauprinzipien, die Wahl des Materials, die Beratung des Ingenieurs können natürlich die grauen Emissionen immens steuern. Dadurch, dass man einfach auch die Fläche reduziert, die man baut, habe ich ein sehr großes Mittel an der Hand, dass ich Emissionen in dem Gebäude letztendlich auch reduzieren kann. Was ich dann doch denken würde, ist, dass wir uns verabschieden sollten davon, dass nachhaltige Gebäude dann zwangsläufig auch so aussehen, wie wir jetzt die letzten 100 Jahre immer gebaut haben. Sei es, dass es einfach eine andere Art von Materialien sein wird, die in Zukunft bestimmend ist oder dass die Fensterflächen sich reduzieren. Denn das Problem ist, man kann nicht sagen, dieses eine Gebäude, dieser Typus, der ist, egal an welcher Stelle, egal an welchem Ort in der Welt, ist der der nachhaltigste. Das gibt es nicht. Aber es gibt viele Ansätze, viele Parameter, an denen man ansetzen kann. Ich denke, die größte Hürde ist, wenn man jetzt eben alternative Materialien empfiehlt oder andere Konstruktionsbauweisen, dann stellt sich natürlich erstmals häufig die Frage nach den Kosten. Das ist wirklich die größte Angst des Bauherrn, dass mich jetzt ein nachhaltigeres Gebäude einfach mehr kosten wird am Ende. Und da muss man versuchen, gut zu vermitteln. Es gibt viele Aspekte, die auch beim Bauen gar nicht mehr kosten. Es gibt sogar Aspekte der nachhaltigen Planung, die Kosten natürlich einsparen. Und insgesamt, das ist ja wirklich das Schöne derzeit ist, dass die Kunden alle ein großes Interesse haben, nachhaltige Gebäude zu planen. Also es kommt keiner mehr und sagt, ich will einfach nur ein Gebäude haben, mir ist egal, welchen Carbon Footprint das hat. Aber insgesamt ist es natürlich wirklich eine gesellschaftliche Herausforderung, die das Individuum alleine nicht lösen kann, auch wir als Büro alleine nicht lösen können. Wir betrachten das natürlich sehr professionell und versuchen, das in die Richtung zu drücken. Aber natürlich als Familienvater zum Beispiel auch, der ich bin, mache ich mir schon große Sorgen. Was geben wir weiter, auch als unsere Generation? Wie kann man uns am Ende daran messen, ob wir insgesamt als Gesellschaft das geschafft haben, diesem Punkt oder dieser Herausforderung wirklich gerecht zu werden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier bloggen weaknesses不antaslabel